Die Aliens landen. Heute ist ein schöner Tag in Quetz. Ein Ufo fliegt an Höhe und landet mitten in Quetz. Was ist das denn? Wow, ein Australischer. Ab ins Schloss. Ah, Außerirdische. Schlossgeist, Hulibu, rette uns. Juhu, lass die Menschen in Ruhe. Danke, Hulibu, dass du uns gerettet hast. Du musst dir sich für ein Schmerz. Schmerz, Hulibu. Untertitelung des ZDF, 2020